Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, Herr Regierungspräsident, Herr Landrat, die Damen und Herren Bürgermeister, unsere Bundes- und Landtagsabgeordneten, die Damen und Herren Präsidenten der Sportverbände, unsere Sponsoren, Freunde des Pferdesportes und liebe Vereinsmitglieder, insbesondere unsere Freunde aus Deppwald. Ich möchte Sie im Namen des Alt- und Haarvereins Zeitz recht herzlich in unsere 120-Jährigen Willkommen heißen. Herzlich willkommen für den Pferdesport, Herr Landrat. Also ich wollte nicht die Regie durcheinander bringen, aber es ist ja schon fortgeschritten und ich glaube, es wollen alle feiern und wir wollten aber trotzdem unsere Glückwünsche überbringen. Denn Bergensdorf liegt in der Verbandsgemeinde Deussi und Zeitzeport, so ist das Ort unserer Mitgliedsgemeinde Möbeln. Der Bürgermeister Rheinl steht hier neben mir. Wir sind heute gekommen und uns für Glückwünsche natürlich, euch zu überbringen zu euren Möbeln. Wir beide spenden uns ein Jahr und ich glaube, ihr wisst, unser Herz schlägt dann für euch. Vielen Dank.